Astor Piazzolla, der argentinische Bandoneon-Spieler und Komponist, kann ohne Übertreibung als der größte bekannte Tango-Komponist bezeichnet werden. Seine Werke inspirierten viele Künstler vom Regisseur bis zur Pop-Ikone. Sie hören nun die schwermütige Milonga Oblivion, die Erinnerung an eine vergangene Liebe und im Anschluss daran Solidarität, Einsamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik